Kommt da jetzt eigentlich gerade Sonnenlicht oder kommt da jetzt eigentlich gerade Mondlicht? Wie kann man das denn unterscheiden? Denn was ist Mondlicht? Naja, Mondlicht ist nichts anderes als reflektiertes Sonnenlicht. Es ist halt nur viel, viel schwächer. Herzlichen Dank für die sehr freundliche Einführung und auch für die Einladung, für Ihnen heute hier etwas hoffentlich Spannendes und Interessantes präsentieren zu können, was wir als Wissenschaftler denken, wie der Mond vielleicht eine Rolle spielt in Bezug auf das Leben. Ich möchte als erstes anfangen mit einem ganz grundsätzlichen Punkt, dass wir nämlich, dass wir uns hier heute versammelt haben an einem bestimmten Tag und zu einer bestimmten Uhrzeit. Und das ist möglich, weil wir als Menschen Zeitsysteme nutzen. Wir nutzen auf der einen Seite Uhren, die typischerweise Stunden und Minuten uns anzeigen und auch basierend auf dem Sonnentag sind. Und das hat uns die Uhrzeit gegeben, zu der wir uns hier gemeinsam versammelt haben. Und dann nutzen wir als Menschen Kalender. In unserer Kultur typischerweise ist es ein solarbasierter Kalender, der kreorianische Kalender. Aber in anderen Kulturen gibt es andere Kalender und die müssen nicht immer unbedingt auch nur auf der Sonne, auf den Sonnenzyklen basieren, sondern die können durchaus auch Informationen vom Mond nehmen, wie beispielsweise im islamischen Kalender oder wenn es ein lunisolar geeichter Kalender ist, im jüdischen Kalender. Das heißt, die Tage können dann anders heißen, die Jahre mögen auch andere sein. Aber das Grundprinzip ist immer das gleiche, dass wir als Menschen durch unsere kognitiven Fähigkeiten die Kalender und Uhren nutzen und bestimmen können, sozusagen durch die periodische Wiederholung der Sonne und des Mondes relativ zum Beobachter Zeitsysteme generiert haben, die wir nutzen, um uns gemeinsam zu versammeln. Und wir sind, also sage ich hier, wenn man auch in die Historie von Uhren und Uhresystemen und Kalendersystemen geht, dann wissen diejenigen, die das vielleicht machen, dass das auch ziemlich komplexe Astronomie und Mathematik ist und wir sind ziemlich stolz darauf als Menschen, dass wir diese Fähigkeiten haben. Allerdings sind es nicht nur wir Menschen, die uns gemeinsam an einem Ort als eine Gruppe versammeln können, sondern es können Tiere ohne Uhren und ohne Kalender der Art und Weise, wie wir sie haben, auch. Und das sind hier zwei Beispiele dafür. Das sind auf der linken Seite die roten Kram der Weihnachtsinseln und auf der rechten Seite die Korallen des Great Barrier Reefs bei Australien. Und auch diese Organismen können sich gemeinsam zu einer ganz bestimmten Zeit im Jahr, also einem bestimmten Monat, bestimmten Tagen an diesem Monat und zu bestimmten Uhrzeiten gemeinsam versammeln und typischerweise dann Fortsetzungsprozesse einzuleiten. Das heißt, auch diese Organismen, obwohl sie kein so komplexes Nervensystem haben, beispielsweise die Korallen besitzen noch nicht mal ein Gehirn, die haben ein paar Nervenzellen, aber überhaupt kein komplexes Gehirn, auch diese Organismen können offensichtlich die Zeitinformationen dekodieren, die von Sonne und von Mond kommt. Wie machen die das eigentlich? Und es sind nicht nur die Korallen oder die roten Kram, die das machen können, sondern es ist diese exakte Zeitbestimmung von Sonne und Mond ist ein fundamentales und ganz weit verbreitetes Phänomen im Organismenreich. Insbesondere bei Marienorganismen, warum komme ich da noch mal gleich drauf zurück. Und man sieht, dass das nicht nur tierische Organismen sind von ganz verschiedenen Gruppen, sondern wir haben beispielsweise auch ein Beispiel von den sogenannten Braunalgen. Braunalgen, das sind noch nicht mal Pflanzen, die sind ganz woanders verortet in der Systematik der Organismen. Und diese Braunalgen beispielsweise, die können das auch. Und die haben noch nicht mal ein Nervensystem. Diese fundamentale Synchronisation durch Sonne und Mond ist nicht nur fundamental und weit verbreitet, ist auch von großen kommerziellen Bedeutung. Das hier ist ein Bild vom Fischmarkt in Okinawa. Und man sieht hier verschiedene Fische, die dort von wichtiger Bedeutung sind für das Essen. Und hier hat ein Kollege von mir, Akihiro Takemura, mal annotiert, welche von diesen Spezies ihre Reproduktion nach dem Mond richten. Man sieht, dass das eine ziemlich beeindruckende Menge ist. Und außerdem sind diese Rhythmen, Sonne und Mond, Zeitbestimmung von Sonne und Mond, auch von fundamentaler ökologischer Bedeutung. Denn, wie gesagt, es wird hauptsächlich in diesen Marienorganismen genutzt, um die Reproduktion zu synchronisieren. Und ein Problem, was man mittlerweile beobachtet, ist, dass aufgrund vermutlich von artifiziellem Licht kommt es zu einer Desynchronisation oder, wie das hier beschrieben wird, einem Breakdown in Spawning Synchronie. Also die Organismen fangen sich an zu desynchronisieren. Und damit wird die Fortpflanzung nicht mehr ausreichend erfolgreich. Und das ist dann ein Problem für das Überleben der Spezies. Okay, also wir haben diese Zeitbestimmung durch Sonne und Mond in ganz vielen verschiedenen Organismen. Das ist sehr wichtig, kommerziell, das ist sehr bedeutend für Ökologie. Wie machen die das? Das Ganze passiert erstmal ganz grundsätzlich, in den meisten Fällen, soweit wir das wissen, durch innere, und da ist es wichtig, dass man sich vor Augen hält, das sind unbewusste Uhren und, ich nenne das jetzt mal als Gegensatz sozusagen zu der inneren 24-Stunden-Uhr, innere Kalender. Und diese inneren Uhren und Kalender laufen in den Organismen ab. Um jetzt zu verstehen, was meine ich eigentlich mit inneren Uhren oder inneren Oszillatoren, inneren Kalendern, will ich kurz noch zwei Begriffe klarstellen, die wichtig sind, dass sie den Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen im Kopf haben. Das eine ist, bedeutet also sozusagen die Erklärung des Rhythmus. Was ist eigentlich ein Rhythmus? Der Rhythmus ist einfach die periodische Wiederkehr spezieller Zustände, also eines Verhaltens. Wenn wir regelmäßig jede Nacht zum Schlafen gehen, dann zeigen wir erstmal einen Rhythmus. Oder wenn die Korallen regelmäßig sich einmal im Jahr zu einer bestimmten Mondphase fortpflanzen, dann zeigen die erstmal einen Rhythmus. Und dann ist die Frage, kann dieser Rhythmus ablaufen, auch wenn es keine Umweltstimuli mehr gibt? Also sozusagen unter, ohne dass Information von der Umwelt da ist. Und wenn diese Rhythmen auch einfach dann weiter so ablaufen können, dann weiß man, dass dahinter eine innere Uhr, man nennt das biologische Uhr, oder innerer Kalender, oder inneren Oszillator steckt. Das bedeutet, dass dieser Rhythmus gesteuert wird durch einen inneren Mechanismus im Organismus, einen molekularen, zellbiologischen Mechanismus, der dann den Rhythmus jeweils kontrolliert. Und diese inneren Oszillatoren, die müssen natürlich mit der Umwelt in Einklang gebracht werden. Wenn man sich das vorstellt, bei uns, wenn wir regelmäßig schlafen gehen, dann ist das gesteuert durch unsere innere 24-Stunden-Uhr, die Zirkadianen-Uhr, die Sie sicherlich alle schon gespürt haben, wenn Sie ein Jetlag haben. Und ein Jetlag ist nichts anderes, als wenn diese 24-Stunden-Uhr nicht im Einklang ist mit der äußeren Umwelt, weil nämlich dann wir eigentlich zur falschen Zeit das Gefühl haben, wir müssten schlafen, und muss die Uhr wieder eingestellt werden. Und das ist die Interaktion des inneren Oszillators mit der äußeren Umwelt. Und das nennt man sozusagen das Einstellen oder Entrainment des Oszillators. So, das heißt, wir haben also im Prinzip zwei Möglichkeiten, wie solche Rhythmen sein können oder entstehen können. Und in vielen Fällen haben wir eben solche inneren Uhren, inneren Oszillatoren. Der Nachweis für die 24-Stunden-Uhr, die also die Stunde vorgibt, das ist schon lange gezeigt worden, schon, auch bei Menschen, durch klassische Experimente von beispielsweise Jürgen Escher hier in den 1960er-Jahren, wo Freiwillige, die waren dann in Bunkern hier und sind beobachtet gewesen und hatten keine Informationen über die äußere Zeit. Und dann wurde über mehrere Monate hinweg bei diesen Personen beobachtet, was haben die eigentlich für eine Körpertemperatur, wann schlafen die, das sind hier die dunklen Balken, irgendwann sind die wach und so weiter. Und dann hat man auch gemessen, beispielsweise in ihrem Urin, was sind die Kaliumkonzentrationen, Kaliumkonzentrationen, was ist das Volumen und dergleichen. Also allerlei physiologische Messungen. Und dann hat man gefunden, erst mal für diese 24-Stunden-Rhythmen, das auch des Menschen, dass diese selbst unter Bedingungen ablaufen, wo wir keinerlei Zeitinformationen haben. Und das war letzten Endes der Nachweis, dass grundsätzlich also hier ein innerer Oszillator da ist. Dann war die nächste Frage, wie kann sowas ganz grundsätzlich funktionieren? Und für den 24-Stunden-Oszillator, da wurde letzten Endes dann im Jahre 2017 der Nobelpreis vergeben für Arbeiten, die das aufgeklärt haben, und zwar ursprünglich nicht am Menschen, sondern die Basis dafür ist gelegt worden durch ein Modellsystem, die Tau- oder Fruchtpflege, wo aber die Grundmechanismen, die dort funktionieren, auch Grundmechanismen sind, wie sie auch im Menschen sind. Der Grund, warum ich das sage und warum ich jetzt hier auch diese Tau- oder Fruchtpflege zeige, ist, weil das eine ganz grundsätzliche Art und Weise ist, wie wir als biologische Wissenschaftler versuchen, grundsätzliche Mechanismen auch für Oszillatoren zu verstehen. Wir nutzen Modellsysteme, die wir dann im Labor auseinandernehmen können und dort diese molekularen, zellbiologischen Mechanismen verstehen. Und also in Bezug für die 24-Stunden-Uhr war hier die Tau-Pflege extrem wichtig, die hat hier solche 24-Stunden-Rhythmen, die man sehr schön sieht, wenn die aus der Puppe schlüpfen. Und das ist genutzt worden, indem man dann nach Fliegen gesucht hat, die keine Rhythmik mehr zeigen. Und dann hat man aufgrund dieser arhythmischen Fliegen, die also nicht mehr diese schöne Tagesrhythmik gezeigt haben, herausgefunden, über viele Labore und viele verschiedene Jahrzehnte in dem Fall tatsächlich. Also diese Ursprungsarbeiten sind gemacht worden in den 1970er Jahren und 2017 ist der Nobelpreis vergeben worden. Also es hat viele Jahrzehnte gedauert, bis das alles so ausgearbeitet worden ist. Aber man hat dann aufgrund dieser Mutantenanalyse, hat man das erste Protein identifizieren können. Das steht hier mit P, das heißt Period. Und das ist ein Eiweiß, was im Zellkern der Zelle, das ist hier der Zellkern und das ist hier das Zytoplasma der Nervenzelle, wo das stattfindet. In diesem Zellkern wirkt das auf die Bildung von der Messenger-RNA von anderen Eiweißen und diesen, also es steuert, ich soll sagen, Period selber ist ein, unterdrückt die Bildung von Aktivatoren, die dann selber dieses Period bilden und das sozusagen zusammen bildet einen positiven, negativen Feedback-Loop. Da kann man sich vorstellen sozusagen, also das ist die Aktivatoren, die dazu führen, dass sozusagen hier Genexpressionen passiert, dass neue Eiweiße gebildet werden, die bilden ihre eigenen Unterdrücker, zu denen gehört halt unter anderem Period. Und dadurch kommt das System in eine sozusagen Schwankung in der Menge der jeweils vorhandenen Eiweiße. Und das ist die Basis des täglichen Oszillators. Wichtig eben, herausgefunden, nicht am Menschen, nicht an der Maus, sondern ursprünglich an so einem kleinen Invertebraten der Fruchtpflege, weil man es dort besonders gut funktionell auseinandernehmen konnte. Das Wissen über die Moleküle hier hat dann dazu geführt, dass man festgestellt hat, dass für den täglichen Oszillator, man diesen täglichen Oszillator nicht nur im Gehirn findet, hier sieht man das Wort Nervenzelle, unser, sozusagen der Sitz ist der Hauptsitz unserer täglichen Rhythmik, ist tatsächlich im Gehirn. Aber man weiß mittlerweile, weil man die Moleküle kennt, weil man die Eiweiße kennt, die dabei eine Rolle spielen, dass letzten Endes das eigentlich nur der Dirigent ist, der die vielen anderen Uhren, die in den ganzen anderen Geweben im Körper auch sitzen, wie in einer Art Orchester sozusagen koordiniert. Das hat man aber eben feststellen können, weil man dann die Moleküle kannte. Okay, das erzähle ich Ihnen ein bisschen als eine historische Perspektive, weil man da sieht, okay, was kann man letzten Endes dann auch mit dem Wissen um die Moleküle eines Oszillators herausfinden und erreichen. Aber ich hatte ja eigentlich versprochen, dass ich ein bisschen was über Mondrhythmen erzähle und über innere Kalender. Gehen wir mal ganz kurz einen Schritt zurück in die Historie. Die Beobachtung, dass es Mondrhythmen gibt, die taucht immer wieder auf. Und das geht schon zurück in die Berichte von Aristoteles. In 53 vor Christus berichtet er von noch früheren Berichten von Fischern beziehungsweise, die eben sagen, dass Grabben und Seeigel leer oder voll sind, abhängig von der Mondphase. Das klingt jetzt so ein bisschen esoterisch. Wenn man dann aber sich anschaut, was ist denn eigentlich so ein Seeigel und was interessiert eigentlich die Fischer? Das ist ja das, was man isst. Jetzt weiß ich nicht, wer von Ihnen schon mal Seeigelsushi gegessen hat. Man isst üblicherweise das da. Und wenn man sich anschaut, was das ist, und das ist das, was die Fischer interessiert, dann sieht man, das ist dieses Orangen hier, das sind die Gornaden. Und wie ich anfangs erklärt hatte, bei den vielen verschiedenen Beispielen, wo die Mondrhythmik eine Rolle spielt, ist typischerweise bei der Reproduktion. Das heißt, hinter dieser etwas seltsamen, anmutenden Beschreibung, die Grabben und Segel sind leer oder voll abhängig von der Mondphase, steckt tatsächlich eine vermutlich korrekte biologische Beobachtung. Die Gornaden tatsächlich sind manchmal voll und manchmal leer, weil die nämlich ihre Reproduktion in bestimmten Spezies, nicht in allen von diesen, aber in bestimmten Spezies von Grabben und Segeln, spielt das tatsächlich eine Rolle. Man findet die gleiche Beobachtung dann oder Beschreibung dann in anderen klassischen Autoren, beispielsweise dann auch bei den Römern, Lucilius, der Mond nährt die Muscheln und bläht die Segel auf. Mir ist mal gesagt worden, dass ich darüber erzählt habe, jemand, der sich mit der römischen Naturbeschreibung auskannte, das war sozusagen nicht irgendwie auch verwunderlich, das wusste man einfach, dass das so ist, weil das auch sehr wichtig war sozusagen für eben die Fischerei, dass man dieses Wissen hatte. Und dann wird es aber in der Zeit des Barocks etwas obskurer, also etwas obskurer. Francis Bacon berichtet dann von zeitgenössischen Ansichten, wo es die Gehirne von Kaninchen, Waldschnepfen, Kühen, wie auch Austern und Miesmuscheln am vollsten zu Vollmond sind. Das klingt dann natürlich, jetzt ist das Bild übernommen worden, dieses voll und leer. Und es gibt keinerlei Hinweise, soweit wir wissen, darauf, dass die Gehirne von Kaninchen, Waldschnepfen und Kühen voll oder leer sind oder größer oder kleiner sind, abhängig von der Mondphase. Was vermutlich passiert ist, ist, dass Menschen, die ja dazu nahe, in Geschichten zu erzählen und zu verallgemeinern, worin wir als Menschen sehr gut sind, haben eine biologisch ursprünglich korrekte Beobachtung angefangen zu übergeneralisieren und zu mystifizieren. Und das ist wahrscheinlich in vielen Fällen mit der Hintergrund für manche von diesen obskuren Korrelationen, die man dann mit dem Mond jetzt in Verbindung stellt. Allerdings muss man dann auch sagen, Vorsicht, natürlich sollte man jetzt auch nicht alles über einen Kamm scheren und sagen, ah, ist sowieso nur eine Übergeneralisierung, sondern wie die guten Archäologen müssen wir jetzt die Schippe nehmen als Wissenschaftler sozusagen und jetzt mal nachgraben, wo stimmen denn jetzt möglicherweise diese Berichte und wo sind sie tatsächlich übergeneralisiert? Und da möchte ich jetzt mal ein bisschen sozusagen in die Richtung gehen. Da stellt sich die nächste Frage, ich hatte ja gesagt, okay, ganz typisch haben wir das Ganze im Meer und da macht es auch sehr viel Sinn, warum ist die Reproduktion da ganz stark synchronisiert? Naja, meistens sind diese marinen Organismen, Organismen, die ihre Eier und Spermien ins Wasser abgeben. Und man hat diese riesen Wassermassen und man kann sich vorstellen, wenn diese nicht genau synchronisiert sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Eier und Spermien sich einfach treffen, sehr gering. Deshalb ist die Synchronisation da sehr wichtig. Aber wie ist denn das eigentlich, gibt es lunare Rhythmen auch bei Tieren und Pflanzen am Land? Was gibt es da an Hinweisen? Da gibt es ein paar Hinweise, es gibt zum Beispiel den peruvianischen Apfelkaktus, da gibt es eine sehr interessante Geschichte darüber von dem Wissenschaftler, der das beobachtet hat in einem botanischen Garten und dann nachts immer eingestiegen ist, um den peruvianischen Apfelkaktus zu beobachten und zu schauen, ob der gerade blüht und dann vom Nachtwächter geschnappt wurde und der ihn gefragt hat, was um Teufel er denn hier immer macht des Nachts und er erklärt hat, dass er wissen wollte, ob der Apfelkaktus gerade zum Vollmond blüht und er ihm das erst nicht geglaubt hat, bis er ihm das bewiesen hat, dass das tatsächlich so ist. Soweit das klar ist, also in diesem Falle ist das tatsächlich beobachtet, dass der hauptsächlich zum Vollmond blüht, das ist relativ gut beschrieben. Es gibt auch Berichte vom Ziegenmelker, das ist ein nachtaktiver Vogel, ein Zugvogel und da gibt es eine sehr interessante Studie, die zeigt, dass über den Zeitraum, wenn der dann anfängt, auch sein Zugverhalten zu zeigen, dass er insbesondere dann auch wieder zu Vollmondnächten, das ist hier, wenn diese Piks erscheinen, eine starke Aktivität in seinem Suchverhalten während der Nacht hat. Also tauchen immer wieder solche Berichte auf. Es gibt auch Berichte, also neben den Ziegenmelker, hier bei Tieren, gibt es auch im Falle der Reproduktion beim Gnu, gibt es Berichte, dass die mit den Mondphasen gesteuert ist, mit Statistik und so weiter, auch beim europäischen DAX. Und dann kommt natürlich die große Frage, wie ist denn das jetzt eigentlich beim Menschen? Und beim Menschen gibt es alle möglichen Studien und das geht immer wieder hin und her. Es ist nicht abschließend geklärt. Ich werde jetzt drei neuere Studien kurz vorstellen, mir ist aber vollkommen bewusst und wenn Sie sehen, darunter stehen allerlei andere Zitate auch noch, dass es jede Menge Diskussionen um diese Sachen gibt. Ich möchte aber kurz sagen, was ist da momentan sozusagen das Aktuellste, was publiziert worden ist in wissenschaftlich begutachteten Zeitschriften. Die eine Studie, da dreht sich das auch interessanterweise um Reproduktionszyklen und zwar um den Zeitpunkt der Mensis bei der Frau. Die Studie ist von Charlotte Helfrich-Förster und Thomas Wehr im Wesentlichen gemacht worden und die haben verschiedene Frauen gebeten, ihnen ihre, wenn sie den Zeitpunkt ihrer Mensis sozusagen immer regelmäßig notiert haben, diese Notizen zu geben und haben dann gefiltert, also sozusagen für Frauen, die natürlich irgendwelche Verhütungsmittel genommen haben und so weiter, die wurden ausgeschlossen von der Studie und auch wurde dann markiert, sozusagen wann wurden Kinder geboren, wann gab es mal keine Reports und so weiter. Und dann haben sie diese Frauen sich angeschaut und erst mal angeschaut, okay, wie verteilt sich das denn eigentlich mit der Periodenlänge dieser Rhythmik und man sieht, dass es ein bisschen altersabhängig ist. Interessanterweise haben wir insbesondere bei Frauen, die jünger sind als 35 Jahre, haben wir hier eine Periodenlänge von etwa 29,5 Tagen, was ziemlich genau dem Lunaren Zyklus entspricht. Bei älteren Personen fängt das dann an, ein bisschen kürzer zu werden. Okay. Und dann gibt es in dieser Studie solche Art von Diagrammen, wo einzelne Frauen dargestellt sind mit ihren niedergeschriebenen Mensis-Daten. Das sind zum Teil Dokumentationen, die gehen über Jahrzehnte und sind deshalb in diesem Sinne relativ interessant auch, weil sie nicht einfach nur mal kurze Ausschnitte zeigen. Und was sie dort gefunden haben, ist, dass es neben dieser Periodenlänge, die schon irgendwie witzig ist, sage ich jetzt mal als Molekularbiologin, gibt es immer wieder Zeitpunkte, wo man sieht, dass sich diese, also das ist der Zeitpunkt, entweder hier auf dem blauen Strich liegt oder hier auf dem gelben Strich liegt. und blau und gelb, das ist jeweils, das ist der Neumond und das ist der Vollmondzeitpunkt. Und das passiert immer mal wieder. Man sollte sagen, diese Daten in der Chronobiologie, die werden zur besseren Ansicht mehrfach sozusagen wiederholt geplottet. Wenn man auf die x-Achse schaut, das ist eine Wiederholung derselben Daten. Und man hat hier jeweils die Jahre und man hat hier sozusagen diese sogenannte Wiederholungsdarstellung der Zeit und das ist hier von Vollmond zu Vollmond und dann ist das einfach nochmal dargestellt. Und dann sozusagen also dreimal hintereinander, damit man das sieht. Okay, was man also sieht ist, dass es immer wieder diese, witzigerweise, diese, sozusagen, Korrelation mit dem Neumond beziehungsweise dem Vollmond gibt. Unterschiedlich stark bei unterschiedlichen, bei unterschiedlichen Personen. Wenn man dann, also wenn Hefrich-Foster und Wehr dann sogenannte zirkulare Statistik gemacht haben, was man dann finden kann, ist, dass witzigerweise tatsächlich bei diesen Personen es eine signifikante Korrelation mit Vollmond und oder Neumond gibt, die immer mal wieder auftaucht. Okay, das ist so. Es gibt dann noch andere Daten, also es ist die eine neuere Studie, die ist von 2021 publiziert. Es gibt dann noch eine weitere Studie, die ich Ihnen kurz darlegen möchte. Wie gesagt, es gibt alle möglichen weiteren Studien, die das hin und her diskutieren, die da vorgewesen sind. Das ist auch eine jetzt von 2021, die waren der gleichen Ausgabe dieser wissenschaftlichen Zeitschrift. Und da geht es um etwas, das sage ich mal, das ist jetzt nicht die Monatsrhythmik per se, sondern es ist die Modulation der täglichen Uhr. In diesem Fall eines Outputs der täglichen Uhr, nämlich des Schlafes und wann man schläft. Und dieses, in diesem Fall hat das Labor von Horacio Di Glesia, die Indigene, also das beschränkt auf eine relativ vermutlich genetisch-homogene Population, und zwar sind das Indigene Quom-Personen in Argentinien, die unter unterschiedlichen Bedingungen leben. Und die haben diese Personen mit sogenannten Aktimetrie-Messgeräten ausgestattet. Also sie haben sie nicht einfach befragt, sondern sie haben einfach die Daten aufgenommen. Das heißt, das ist keine subjektive einfach Beschreibung, ich habe jetzt geschlafen oder sowas, sondern die Daten sind aufgenommen worden. Man kann damit messen, wie viel die Leute sich bewegen, zum Beispiel auch ein bisschen auch die Temperatur, die da herrscht und so weiter. Und wenn man diese Daten dann nimmt, und die haben drei unterschiedliche Kohorten gehabt von diesen indigenen Personen, und zwar in blau ist das eine Kohorte, die de facto noch sehr ursprünglich lebt, mehr oder weniger ohne künstliches Licht. Dann gibt es die Kohorte, die hier auf der orange-gelbe, die lebt unter schon so ein bisschen dörflichen Bedingungen, also hat auch so ein bisschen künstliches Licht, und dann gibt es die, die eher im städtischen Umfeld leben. Aber wie gesagt, genetisch eine relativ homogene Population. Und was man bei diesen Personen dann finden kann, wenn man schaut, wann schlafen die Leute eigentlich, gemessen als sozusagen Schlafzeitpunkt nach dem Sonnenuntergang, dann sieht man, dass das abhängig ist vom Lunarzyklus. Und interessanterweise hier, wenn man genau hinschaut, ist es eigentlich keine sinusiale Kurve, so wie das hier geplottet worden ist, sondern es ist eigentlich eine, die hat auch hier nochmal einen Peak beim Neumond. Also es gibt bei diesen ganz ursprünglichen Populationen, die unter den ursprünglichsten Bedingungen leben, gibt es witzigerweise wieder einen Doppelpeak, einmal im Vollmond und einmal im Neumond. Währenddessen bei den anderen Populationen im dörflichen Bereich und dann eher im städtischen Bereich, sieht man, dass es aber auch eine klare Korrelation mit der Mondphase gibt. Die Leute sind bei Vollmond, gehen die später ins Bett, als zu Neumond tendenziell. Und das zieht sich durch. Ohne, dass ihnen das witzigerweise selber unbedingt bewusst ist. Auch hier ist letzten Endes das einfach eine Beobachtung, wissen letzten Endes nicht, was es wirklich bedeutet. Und das Letzte von der menschlichen Seite, was ich Ihnen jetzt noch kurz vorstellen möchte, ist auch eine Studie wieder von Thomas Wehr, in dem Fall von Patienten, Thomas Wehr ist ein Psychologe und und beschäftigt sich insbesondere mit bipolaren Patienten und hat diese bipolaren Patienten gebeten, sozusagen auf der einen Seite zu sagen, wie sie sich gerade fühlen, das ist hier als Mut, also sozusagen die Laune oder wie man sich gerade fühlt dargestellt. Positiv heißt positiv, negativ heißt negativ und dann ist zeitgleich gemessen worden, wann diese Personen schlafen und wann sie wach sind und das ist hier wieder dargestellt, in dem Fall ist es wieder doppelt aufgetragen von 0 bis 1 das sind die 24 Stunden des Tages und dann hier auf der y-achse hier runter von 0 bis 2 das ist dann ein Lunar Monat der geht hier runter und was man sehen kann ist schwarz das ist wenn die Person wach ist und weiß wenn sie schläft also hier schläft sie und hier hinten ist sie wach dann sieht man dass über den Großteil des Monats geht die Person relativ regelmäßig ins Bett und dann geht es hier relativ gut korrelierend mit dem Moment kurz bevor es diesen Mut diese Veränderung im Gefühl gibt geht was hier passiert ist dem geht voraus dass die Person dann immer später so ein bisschen und wenn man sich das anschaut was ist das eigentlich für eine periodenlänge dann stellt man fest und kann das mit sogenannten periodogramm analysieren dann stellt man fest das ist einmal hat diese Person eine 24 stunden rhythmik das ist die normale zirkadiane 24 stunden rhythmik die haben wir hier und dann ist das hier die 24,8 stunden rhythmik und diese Veränderung zur 24,8 stunden rhythmik passiert lustigerweise genau korrelierend mit dem vollmond und das passiert bei dieser person hier reproduzierbar immer wieder gibt es auch einen anderen patienten da ist das ähnlich dass man auch wieder eine korrelation von der veränderung in der Gefühlswelt sozusagen mit der periodenlänge des schlafes sozusagen hat oder 24 stunden 24,8 stunden länge ok das ist erstmal ein solches eine korrelation was das ganze spannend macht auch noch ist dass dann diese obere person ein mann gebeten worden ist sich in ein schlaflabor zu begeben und dann wurde er unter einem sehr rigiden wach schlaf zyklus gestellt wo man mit licht und auch regelmäßig bewegungen und so weiter die person versucht hat auf einen regelmäßigeren 24 stunden rhythmus einzustellen was geklappt hat und wenn man sich das anschaut dann verschwinden die veränderungen in den gefühlen was man bisher nicht erklären kann warum das passiert ist einfach etwas was wieder eine beobachtung ist lustig so nach dem motto als biologe schaue ich mir das an und denke naja ist ja spannend was der mensch hier so macht wer das wenn das ganze ein bisschen mehr interessiert von der wissenschaftlichen seite von den beiden personen thomas wehr und auch scharlotte herrlich förster ist ein sehr interessanter übersichtsartikel in englisch rausgekommen in einem perspektiven paper wo sie ein bisschen diese daten auch durchaus kritisch diskutieren weil natürlich man nicht so ganz weiß was bedeutet das eigentlich und noch viel weniger können wir ja beim menschen momentan sagen okay was sind eigentlich die zellbiologischen neu molekularen mechanismen die da vielleicht möglicherweise dahinter stecken könnten was brauchen wir wir brauchen also als biologe sage ich modellsystem die fruchtfliege und die maus können wir aber nicht verwenden wir können auch nicht den zebrafisch verwenden wir können auch nicht die ackerschmalmann verwenden denn die haben keine gut beobachtbaren mondrhythmen soweit wir wissen man braucht einen organismus der das gut zeigt und das ist der organismus den wir verwenden und das ist dieser borstenwurm plattenreis domarellii und plattenreis domarellii ist ein mariner borstenwurm und das coole an dem tier ist man kann den richtig schön in massen im labor heldern hier sieht man unser labor also ein teil davon wir haben da ein paar mehr räume davon und man sieht hier die verschiedenen stämme die wir haben und so weiter und das wichtige an plattenreis ist den kann man nicht nur gut heldern und den kann man gut untersuchen sondern der hat vor allen dingen auch schon eine sehr gute und sehr lange dokumentierte unare produktionsrhythmik das ist was man hier sieht das sind daten von einem italiener ranzi von aufgenommen 1929 dann publiziert 1931 und dieser professor der ist in der Bay of Naples also in dem Meer bei Neapel im Marjellina Harbor hingefahren und ist regelmäßig mehrfach während der nacht rausgefahren und hat ganz mit einer definierten Menge von Licht gemessen wie viele Würmer kann ich da eigentlich regelmäßig einfangen und hat das über mehrere Monate hinweg sehr sorgfältig dokumentiert und daraus ist dieser Graf hier entstanden und man sieht sehr schön dass diese Würmer eine sehr schöne klare Nullnarperiodik zeigen die unabhängig vom Monat sozusagen einen Peak hat kurz nach dem Vollmond dann ist ein Professor später ein deutscher Professor später hingegangen und hat diese Würmer dann angefangen schon ins Labor zu nehmen 1955 und weil ihn damals schon diese Mondrhythmik fasziniert hat und hat dann als erster gezeigt dass wenn man diese Tiere im Labor hat und ans Fenster stellt dann kann man trotzdem obwohl die nicht mehr nicht mehr sich im Meer befinden sondern einfach in so Kulturschalen sehen dass die Zahl der reifen Tiere abhängig ist von dem Zeitpunkt im Mond Monat und er hat das dann noch weiter getrieben wir haben dann sein Licht Regime übernommen er hat dann auch gezeigt man kann diese Tiere nicht nur ans Fenster stellen man kann in den Keller bringen und kann denen einen Tag Nachtrhythmus geben Licht und in der Nacht ist 8 Stunden Nacht und abhängig von dem Zeitpunkt im Monat gibt man ihnen entweder für 6 bis 8 Nächte Mondlicht also das heißt dimmes schwaches Licht oder man gibt ihnen nichts das heißt es ist einfach dunkel Neumond und das reicht aus dass man die Würmer synchronisieren kann unabhängig davon ob das wäre jetzt in Phase mit dem natürlichen Vollmond und das ist genau entgegengesetzt mit dem natürlichen Vollmond das heißt das Licht kann man nutzen um völlig unabhängig von dem tatsächlich existenten Vollmond die Synchronisation der Reifung dieser Würmer zu steuern man kann sagen Licht ist ausreichend um die Würmer zu synchronisieren der Professor Aundschild und wir haben das dann auch reproduziert wir haben auch zeigen können dass das Licht ist nicht nur ausreichend sondern es ist auch notwendig zur Synchronisation dieses Reifungszyklus wenn man zum Beispiel testet und man sagt okay ich gebe jetzt meinen Würmern die ganze Zeit während des Monats Licht schwaches Licht in der Nacht oder ich gebe ihnen nie schwaches Licht in der Nacht dann sieht man dass diese Würmer sich dann nicht mehr synchronisieren also Licht in der Nacht ist nicht nur notwendig sondern ist auch notwendig für die Synchronisation dieser Reproduktion bei den Tieren und dann kann man natürlich fragen naja ich habe Ihnen ja vorher gesagt es gibt so zwei Möglichkeiten wie Rhythmen entstehen kann entweder das einfach ein Rhythmus der folgt dem äußeren Stimulus oder das ganze passiert durch einen inneren Oszillator ein Mechanismus der beibehalten wird auch wenn die äußeren Umweltstimuli keinen Rhythmus mehr vorgeben und das kann man dann testen wie kann man das testen man gibt den Tieren ursprünglich erstmal einen Stimulus vor man sagt okay die Phase eures wenn ihr einen Oszillator habt dann sollte der jetzt phasensynchronisiert werden durch das nächtliche Licht für sechs bis acht Nächte hier und dann macht man zwei Population bei der einen behält man das bei die kriegen weiterhin ihren Vollmond und dann hat man eine andere Population den nennt man den freilaufenden Vollmond der Begriff wie man diese Oszillatoren dann charakterisiert deswegen steht hier Fr Vollmond und Fr Neumond also das ist der Freilauf das ist nichts anderes als dass man einfach diesen nächtlichen Stimulus Licht Stimulus weglässt und das bedeutet von der Umweltsituation her für diese Würmer im Keller ist diese Nacht hier nicht anders als eine andere Nacht das heißt von den Umweltsituation her könnten die nicht wissen ist das jetzt Vollmond oder Neumond was passiert werden die trotzdem noch synchronisieren oder nicht tatsächlich was passiert ist hier ist der letzte Vollmond und dann kann man sich anschauen wie die Population sich verhält und man sieht dass sie über mehrere Monate hinweg immer noch sozusagen im Gedächtnis hat dass hier eigentlich ein Vollmond stattfinden sollte das heißt wir halten ihre Oszillation bei das diese Rhythmik beibehält okay und wir nennen das circa lunare Uhr oder inneren Kalender in diesem Boston wir wissen mittlerweile dass es auch bei anderen Spezies existiert natürlich weiß man nicht bei allen Spezies die ich vorhin genannt habe die zum Beispiel solche Vollmond Synchronisation in der Natur zeigen ob das unbedingt immer ein Öneros Zillator ist oder nicht denn das muss man im Labor eigentlich testen monatlichen Oszillatoren jetzt habe ich gesagt aber am Anfang auch naja das ist sozusagen diese Organismen die dann so synchronisieren die synchronisieren nicht nur zu einem bestimmten Tag im Monat sondern auch zu bestimmten Uhrzeiten im Monat also wenn man sich an die Korallen oder an die Krabben erinnert da meinte ich naja die sind zu bestimmten Jahreszeit bestimmten Tag im Monat und zu einer bestimmten Uhrzeit dann ist die Frage okay wie ist das bei diesem Wurm wenn der jetzt hier nach dem vollmond anfängt zu schwärmen und da sind die ganzen reifen Tiere wann passiert denn das eigentlich während der 24 Stunden des Tages und es sieht dann so aus man nimmt jetzt hier den Moment wo die Würmer anfangen reif zu werden fängt jetzt hier das Null wieder an hier sind jetzt die 24 Stunden des Tages hier ist die Nacht 8 Stunden Nacht hier sind 16 Stunden Tag die Würmer sind nachtaktiv und wann die also schwärmen passiert dann abhängig davon wann das ist während der Tage des restes des Monats und man sieht hier dass die dann sukzessive immer später später anfangen los zu schwärmen und dann irgendwann platonen die hier gegen Ende der Nacht wenn man das Ganze sich mal umdreht so und dann ein bisschen anders plottet und im Vergleich sich anschaut wie sieht das aus im Vergleich zu den tatsächlichen Veränderungen des Mondes während des Mondmonats dann sieht man was die Würmer hier machen ist dass sie dem abnehmenden Mond folgen und zwar ist hier also sozusagen die Steigung mit der das passiert entspricht relativ gut das sind 44 Minuten etwa pro Nacht im Durchschnitt ist es beim abnehmenden Mond etwa 49 Minuten pro Nacht sieht man hier dass sozusagen diese Steigung dieser Steigung sehr stark ähnelt das heißt was die Würmer machen ist die haben die Fähigkeit mit ihrer täglichen Uhr dem abnehmenden Mond sozusagen zu folgen wir gehen davon aus das hilft denen sich nicht nur zu synchronisieren sondern auch aufgeht um möglichst wenig gefangen zu werden von den vielen Quallen und Fischen und so weiter die da sind und dann sieht man hier dass dann zur Neumond Phase letzten Endes wenn kein Mond am Himmel steht dann sind die hier am Ende der Nacht kurz vor Sonnen Aufgang aber das ist sozusagen sowieso dunkel ok wie machen die das wie kann so was passieren was letzten endes was was man sieht ist wenn man sich anschaut was haben die denn für eine innere periodenlänge für ihre vier also tägliche Uhr die was wir eigentlich als 24 stunden nur zirkadiane Uhr bezeichnen dann sieht man dass deren zirkadiane Uhr nicht mit einer genauen 24 stunden periodik sondern etwa mit einer 25 stunden periodik unter konstanten bedingungen läuft was man hier sieht ist wann die unter später passiert und sozusagen der abstand hier dazwischen das sind immer etwa 25 stunden das heißt diese innere tägliche Uhr hat eine periodik von etwa 25 stunden und in dieser zeit hier bis zu dem neumond was da passiert ist dass die nicht wieder immer eingestellt wird durch die tagnacht lichter oder das durch das tageslicht sondern die ist für diesen zeitraum hier mit ihrer periodik relativ freilaufend normalerweise wenn man eine uhr hat die mit einer etwas anderen periodenlänge als mit der 24 stunden periodik läuft unsere eigene uhr tut das auch dann haben wir ja eigentlich den lichtstimulus oder das essen oder die bewegung die das in synchronisation bringt mit der äußeren umwelt und deswegen gehen wir jede nacht zur gleichen Zeit ins Bett aber die Würmer machen oder stehen jede nacht etwa also jeden tag den morgen zu etwa gleichen Zeit wieder auf bei den Würmern passiert aber genau das hier zu diesem Zeitpunkt nicht das heißt die können sich entkoppeln von dieser Zeitvorgabe durch die äußere Umwelt abhängig vom Zeitpunkt des Monats das ist das was damit gemeint ist dass also die tägliche Uhr des Wurms kann temporär freilaufen trotz eines Tag-Nacht-Zyklus der es ergibt und der eigentlich diese tägliche Uhr einstellen müsste ok jetzt mache ich einfach mal einen etwas provokativen Schnitt hier und dann schauen wir uns das mal an was beim Menschen passiert bei diesen interessanten Patienten dann ist das genau das was eigentlich auch bei diesen Patienten passiert wir haben nämlich hier einen Fall wo wir für den Großteil des Monats eine gut eingestellte 24 Stunden Periodik haben die immer wieder eingestellt wird wahrscheinlich durch die Helligkeit des Lichtes am Morgen aber dann gibt es hier diesen Zeitpunkt wo für diese Person die Uhr frei läuft während eines bestimmten Zeitpunkts während des Monats und sozusagen sich freigemacht hat vom Entrainment warum das so ist kann man nicht erklären aber ich glaube was man mit den Würmern einfach und mit unserer Arbeit an den Würmern sagen erst mal bei Menschen aussieht es gar nicht so irre ist denn zumindest in unseren Würmern hat das eine klare biologische Funktion nämlich die Synchronisation der Würmer zu einer bestimmten Stunde in der Nacht und dann angepasst an die dunkelste Phase in der Nacht ok wenn man dann schaut was dann hier passiert und dann vergeht der Monat dann kommt natürlich die Frage irgendwann na ja die haben jetzt hier sozusagen sind die am Ende der Nacht spät jetzt müsste aber eigentlich wieder der nächste Vollmond kommen wie kommen die denn jetzt wieder hierher zurück die müssen ja irgendwie wieder früher werden und die Art und Weise wie das passiert ist kurz gesagt indem die die Periodenlänge ihres täglichen Oszillators verändern und es gibt eine Verbindung zwischen der Periodenlänge und der Phase relativ zum konstanten sozusagen Tag die ich jetzt ganz kurz erklären möchte wenn man sich anschaut wenn man Oszillationen nimmt die unterschiedliche Periodenlängen haben ich habe jetzt hier zwei Periodenlängen genommen einmal eine Periodenlänge die ist etwa 24 Stunden in grün und eine die ist etwas größer als 24 Stunden also länger als 24 Stunden das sieht man hier dann passiert folgendes wenn man normalerweise das hell dunkel des Tages hat zum Beispiel 12 Stunden Licht 12 Stunden Dunkelheit hier in dem Beispiel dann wird durch typischerweise das Licht am Anfang des Tages die Phase der beiden Oszillatoren synchronisiert die sind phasengleich da sie aber eine unterschiedliche Periodenlänge haben was dann passiert ist wenn dann hinter konstante Bedingungen sind und nicht wieder eine neue Einstellung der Phase eine neue Synchronisation oder Entrainment der Phase dann fangen die an in der Phase sich relativ zueinander zu verschieben so das heißt und sozusagen weil die einen hat der eine hat ja eine längere Periodenlänge und der andere hat eine kürzere Periodenlänge was aber passiert ist wenn wir immer wieder eine neue Einstellung haben also neues Entrainment durch den Beginn des Tages was dann passiert ist dass der Oszillator der die kürzere Periodenlänge hat hat immer sozusagen die frühere erreicht die gleiche Phase wie der mit der längeren Periodenlänge früher am Tag sieht man hier oder wenn man das hier sich anschauen möchte zum Beispiel hier diese Phase die wird früher am Tag erreicht als die gleiche Phase für diesen Oszillator mit der längeren Periodenlänge und das Ganze wiederholt sich immer wieder weil das ja immer wieder neu Phasen synchronisiert wird mit jedem neuen Tagesbeginn das heißt Oszillatoren mit kürzerer Periodenlänge erreichen die gleiche Phase früher am Tag was das übersetzt bedeutet ist wenn ein Mensch zum Beispiel ich habe mit kürzeren Periodenlänge in meinem täglichen Oszillator als jemand von Ihnen im Raum vielleicht das bedeutet wenn ich zum Beispiel schlafen gehen würde das sollte etwa die gleiche Phase sein wie bei jemand anderem dann würde das früher passieren als bei der Person die den längeren die längere Periodenlänge hat um das sozusagen zu übersetzen also man kann in vielen Fällen davon ausgehen dass das Verhalten oder die Physiologie gesteuert wird passiert von der gleichen Phase aber da die Phase zu einem anderen Zeitpunkt am Tag passiert aufgrund der Periodenlänge ist der Moment wenn das zum Beispiel passiert unterschiedlich am Tag also es gibt diese Korrelation zwischen Periodenlänge des Oszillators und Phasen Phase relativ zum Tag warum erkläre ich das was nämlich passiert ist dass wenn man jetzt diese Würmer sich anschaut und man nimmt jetzt so mal hier oder hier irgendwo wenn sie spät am Tag eigentlich also spät in der Nacht jetzt hier normalerweise ihren Meeting Dance machen ihre Paarung machen und man setzt sie jetzt dem Vollmondlicht aus dann sieht man dass über mehrere Nächte hinweg das hier ist der Vollmond in grün die haben ganz normal Tageslicht hier und hier waren sie ursprünglich spät jetzt bekommen die Mondlicht und die verschieben sich nach vorn also das heißt wieder früher an den Tag das Mondlicht verschiebt also den Zeitpunkt wann die in der Nacht aktiv werden und wie macht das Mondlicht das es verändert die Geschwindigkeit des inneren Oszillators das sieht man jetzt hier wieder wenn man das ganze testet was ist eigentlich die Periodik meines freilaufenden inneren Tagesoszillators dann sieht man jetzt dass hier diese Graphen sich nach die linke Seite neigen das heißt hier die Dauer zwischen wann das wieder passiert von hier nach hier und dann von hier nach hier das ist jetzt nicht 24 Stunden sondern es ist kürzer als 24 Stunden und man kann das berechnen es sind etwa 22 2 Stunden das heißt der innere tägliche Oszillator von diesem Wurm hat eine flexible Periodenlänge die abhängig ist von der Art des natürlichen Lichtes oder man kann das auch in einem Schema ausdrücken dass die Uhr die wir eigentlich circa die jahne Uhr nennen also 24 Stunden Uhr das ist keine fixe Uhr das ist keine fixe 24 Stunden Uhr sondern deren Zeiger können sich unterschiedlich schnell drehen je nachdem ob die nur mit Sonnenlicht gestellt wird mit Mondlicht oder sozusagen oder gar keins von den Lichtern sieht und und das beschreiben wir als eine plastische circa jahne und circa lunidiane Uhr der Hintergrund warum wir das wort lunidian benutzen ist weil dann die periodenlänge die dann entsteht typischerweise eine ist die im bereich von 24,8 liegt was die lunidiane periodik ist diese Plastizität der täglichen Uhr ist etwas das ist nicht nur spezifisch für unsere Würmer sondern die Plastizität der was sonst immer beschrieben wird als circa jahne periodenlänge in abhängigkeit von der lichtintensität ist etwas was sobald wir wissen universell ist das ist schon sehr lange beschrieben es wurde schon beschrieben in den 60er jahren für den menschen hier sieht man unter einer bestimmten lichtintensität das sind 0,4 lux das ist ein relativ schwaches licht und hier 120 lux da sieht man dass auf der hier sozusagen der in diesem fall die person immer später und später und später schlafen geht und wenn man das unter 120 lux macht dann geht die also das konstantes licht dann geht die immer früher früher und früher schlafen das heißt hier hat sie eine längere periodenlänge als 24 stunden hier hat sie eine kürzere periodenlänge als maus sondern selbst auch für irgendwelche algen für vögel und x verschiedene organismen bisher ist aber das was nicht verstanden worden ist oder das wurde beschrieben als eine Aspekt oder eine Sache der inneren Uhr das ist halt so was wir aber denken wie man das interpretieren muss ist dass grundsätzlich die inneren 24 stunden plastischen uhren die es überall gibt letzten endes sich auf die unterschiedlichen natürlichen lichter hören können oder eben nicht hören also sozusagen dadurch synchronisiert werden können oder nicht synchronisiert werden können beziehungsweise damit eben auch ihre periodenlänge verändern können und dass das also ein grundsätzliches fähigkeit ist von organismen auf natürliche lichter oder natürliche lichter unterschiedlich zu reagieren in den fällen von unserem bossen wurm ist das nützlich weil der möchte sozusagen oder dem bringt das was ökologisch gesehen wenn er seine Uhr plastisch hält und damit dem abnehmenden mond folgen kann in anderen fällen wie beispielsweise bei der taufliege haben wir gezeigt dass das eher nicht der fall ist da gibt es mechanismen die verhindern dass die taufliege dann beispielsweise auf mondlicht reagiert das ist nämlich ein organismus der ist eigentlich an den tagesrindern aktiv der sollte gar nicht so abhängig sein vom mondlicht und der hat tatsächlich ein mechanismus der dann erkennt dass sozusagen das mondlicht kommt und dann verhindert dass das mehr oder weniger auf die Uhr wirkt ok wenn wir jetzt aber so eine plastische Uhr haben je nachdem welche Art von natürlichem Licht auf sie scheint unterschiedliche periodenlängen zeigen kann dann bedeutet das ja aber auch dass der Organismus in der Lage sein muss zu erkennen na welches Licht kommt denn da eigentlich gerade kommt da jetzt eigentlich gerade Sonnenlicht oder kommt da jetzt eigentlich gerade Mondlicht wie kann man das denn unterscheiden denn was ist Mondlicht naja Mondlicht ist nichts anderes als reflektiertes Sonnenlicht es ist halt nur viel viel schwächer aber das ist ja nichts irgendwie besonderes sind auch einfach nur Photonen sind einfach nur weniger Photonen wie kann unseren Würmern da auch verstehen und wir können halt wirklich dann in die molekularen Details reingehen was wir gemacht haben ist wir haben dann halt uns angeschaut aufgrund von voraussagen auch von Kollegen haben wir uns ein Eiweiß angeschaut das nennt sich Kryptochrom und lichtsensitives Kryptochrom deswegen nennen wir das L-Qui und das kann man aufreinigen als Eiweiß das ist dann hier so einig des Eiweiß und man kann es mal fragen ist das eigentlich ein Lichtrezeptor wenn es ein Lichtrezeptor ist gibt es bestimmte Voraussetzungen es muss nämlich einen Co-Faktor haben der nicht ein Eiweiß ist und das kann man hier zeigen indem man sieht okay es hat tatsächlich kann man nachweisen in einem so eine Art Gel wo man schauen kann aha gibt es also hier diese kann man als Standard gucken okay wenn es einen von diesen Co-Faktoren hätte dann müsste der auftauchen und wir sehen tatsächlich dieser schwarze Co-Faktor der taucht hier auf das nennt sich Flavin Adenindinukleotid chemisch sieht es so aus dieser Co-Faktor der ist eine aromatische Struktur für die chemisch versierten unter ihnen das sehen sie hier und das ist wichtig damit es sozusagen als Photorezeptor agieren kann was macht das Licht mit diesem Co-Faktor das führt dazu dass das von seinem oxidierten form zu einem anionischen radikal wird dieses elektron das kommt aus dem eiweiß und das wird dann sozusagen übermittelt und führt dazu dass dieser Co-Faktor zu diesem anionischen radikal wird und das kann man messen man kann sozusagen dann damit messen wie stark reagiert eigentlich dieses Eiweiß mit seinem Co-Faktor auf das Licht und das sieht dann so aus man hat hier verschiedene Wellen und man sieht dass da mehr oder weniger Licht absorbiert wird je nach Wellenlänge und das sozusagen hier dann die Menge der Absorption und wenn man Dunkelheit hat dann sieht das so aus hat das so ein Spektrum Absorptions Spektrum wie verändert sich das weil dieses Anion weil sich dieses Anion Radikal bildet ich erkläre Ihnen das weil wir werden gleich mal mit Sonnen und Mondlicht drauf scheinen und deshalb sozusagen kurz als Bitte versuchen Sie sich sozusagen hier das ist das Dunkelspektrum Dunkelabsorptionsspektrum und das ist das Lichtabsorptionsspektrum hier hat sozusagen auf Licht reagiert hier war noch kein Licht ok das Ganze wie gesagt hier haben Kollegen erstmal mit Blaulicht gemacht und haben gesagt naja jetzt Blaulicht existiert aber in der Natur nicht so jetzt scheint doch mal bitte Sonnenlicht und Mondlicht drauf natürlich nicht wirklich Sonnen und Mondlicht sondern wir bauen das im Labor nach wir haben das nachgebaut nach Messungen im natürlichen Habitat vom Wurm ist nicht genau das gleiche wie das im Meer passiert aber es ist dem so einigermaßen angenähert und was passiert dann man kann sehen wenn man dann hier also hier haben wir dieses dunkle Spektrum so sieht es aus wenn unser Co-Faktor noch oxidiert ist und also kein Licht drauf gewesen ist und wenn man dann für 110 Sekunden und 5 Minuten Sonnenlicht drauf scheint dann sieht man verändert sich diese Kurve es gibt dieses klassische Spektrum was dann zeigt aha unser Co-Faktor der ist jetzt reduziert worden und zwar komplett man kann nämlich dann hier das für zwei stunden mit diesem sonnenlicht bestrahlen und dann bleibt es trotzdem noch so also ist komplett reduziert worden was passiert eigentlich wenn man Mondlicht drauf scheiden erst mal passiert gar nichts für mehrere stunden sieht man hier und das ist jetzt sozusagen wir kommen von der dunkelheit und bestrahlen unser protein unser eiweiß mit mondlicht und man sieht letzten ende ist dass erst nach vier bis sechs stunden tatsächlich sich eine veränderung in diesen absorptions kurven ergibt die aber nie genauso stark werden wie wir das hier haben unter sonnenlicht man kann das hier sehr schön dann noch sehen das ist nach sechs stunden nach neun stunden nach zwölf stunden bestrahlung mit mondlicht da passiert so etwa die hälfte verglichen mit dem unter sonnen bestrahlung ob es irgendwie teilweise auf das licht reagiert unter mondlicht aber dann auch stabil ist und aufgrund von anderen experimenten und so weiter wissen wir mittlerweile dass dieses eiweiß in ein sogenanntes dimer vorkommt also zwei von denen sind zusammen und funktionieren als Einheit und die haben dann unterschiedliche zustände je nachdem ob es dunkelheit ist ob es im mondlicht zustand ist oder im sonnenlicht zustand ist und das korreliert dann mit der position in der zelle also es kann im zytoplasma sein und wird dann abgebaut wenn es im sonnenlicht ist oder aber es kann stabil in den zellkern lokalisieren unter mondlicht und da nehmen wir an dass es dann unterschiedlich auch signaltransduktion machen kann jetzt ist aber die frage wie kann das sein dass trotzdem mondlicht und sonnenlicht so unterschiedliche reaktion in diesem eiweiß auslöst und der hintergrund dahinter ist wahrscheinlich was dieses eiweiß macht ist dass es durch seine sozusagen dass es ein dimer agiert also zwei von denen immer zusammen passiert ist dass ist für die chemische umwand und chemische reduktion des einen kofaktors viel weniger energie braucht als wenn es dann in diesem dimer den zweiten auch mit umwandeln muss und das nennt man unterschiedliche quanteneffizienz dieser reduktionsreaktion und das ist hier angedeutet in so einem energieschema man sozusagen was mir damit voraussagen ist dass also um den einen kofaktor zu reduzieren braucht man viel weniger energie als für den zweiten in dem gleichen dimer passt das von den intensitäten des sonnen versus mondlicht wenn man mal so pi mal daumen rechnet mit dem was wir drauf scheinen im bereich wo unser eiweiß das dieses licht wahrnehmen kann dann kann man schauen mondlicht hat etwa 10 hoch 10 photonen pro quadrat centimeter pro sekunde wenn wir sechs stunden mondlicht nehmen dann war es in seinem stabilen zustand dann erreicht etwa 10 hoch 15 photonen pro quadrat centimeter das reicht aus um das ein den einen kofaktor zu reduzieren aber nicht den anderen und selbst nach 18 stunden mondlicht haben wir beide beide kofaktoren zu verändern zu reduzieren und man sieht dass wir da schon mit alleine fünf minuten sonnenlicht auf 10 hoch 17 photonen pro quadrat centimeter kommen einer menge an photonen und damit energie die das mondlicht selbst bei 18 stunden nie erreichen würde das sind 10 15 hier 10 17 das heißt das erklärt dass also hier eine energie benötigt wird die mondlicht selbst unter vorkommen es einfach nie erreichen würde und das gibt sozusagen einen biochemischen physikalischen mechanismus vor wie man einfach mit einem protein einem eiweiß als dimer schon in so einem röhrchen zwischen sonnen und mondlicht unterscheiden kann einfach aufgrund der unterschiedlichen energie letzten endes durch die zahl der photonen und einen unterschiedlichen dimer zustand sozusagen und okay ich bin glaube ich in meiner zeit ja bin ein bisschen zu weit ich hatte dann okay wäre jetzt noch die frage okay wenn das wirklich notwendig ist was passiert wenn L3 kaputt ist was ich ihnen dann auch zeigen kann ist dass dann wenn das kaputt ist dann kann diese Uhr nicht mehr justiert werden das sind jetzt Würmer denen fehlt dieses Molekül dieses Eiweiß das haben wir kaputt gemacht und man sieht jetzt dass anstatt dass die Uhr hier in den Wildtypen die das haben die sind in schwarz die hatten diese Plastizität die haben unterschiedliche Periodenlängen jetzt sieht man hier im Falle von denen wo das Elkreid kaputt ist da sieht man dass die egal ob es Dunkelheit ist oder Mondlicht ist die haben immer noch die gleiche Periodenlänge etwa 25 Stunden und wenn man das kombiniert mit Sonnen und Mondlicht dann haben wir hier in im Falle der Wildtypen die normal funktionieren dass die immer früher werden aber im Falle von den Würmern denen dieses Kryptokrom fehlt die gehen dann in die Irre und können letzten Endes Mond und Sonnenlicht nicht mehr voneinander unterscheiden und die haben gar keine richtige Periode mehr was wir also vorschlagen ist dass es letzten Endes ein Eiweiß gibt was als ein Dimer fungiert und dass verstehen welche Art von Licht kommt da jetzt eigentlich ist es eigentlich das Mondlicht oder ist jetzt das Sonnenlicht und je nachdem werden diese inneren Oszillatoren eingestellt und auch in ihrer plastischen Periodenlänge entsprechend angepasst und wir denken dass das ein grundsätzlicher Mechanismus sein kann wie Organismen zwischen Sonnen- und Mondlicht beispielsweise unterscheiden können und das dann entsprechend nutzen oder aber eben auch verhindern können dass es genutzt wird und natürlich da das Eiweiße sind die in ihren Sequenzen unterschiedlich sein können je nach Individuum kann diese Eigenschaft wie stark zum Beispiel das oder wie gut das unterschieden oder erkannt wird je nach Individuum unterschiedlich sein und das wäre möglicherweise auch eine Erklärung warum vielleicht bei unterschiedlichen Individuen bei Würmern aber wenn wir das evolutionär vielleicht dann weiterspannen auch bei anderen Spezies man in manchen Fällen das mehr oder weniger stark beobachten kann als letzten Ausblick möchte ich kurz sagen wir verstehen aber weitem noch nicht alles auch bei unseren Würmern ich habe gesagt okay wir haben hier dass diese Würmer eigentlich immer später nach dem Vollmond anfangen ihren Paarungstanz zu machen und dann haben sie hier ihre Plateau Phase wo sie dann sozusagen gegen Ende der Nacht ihren Tanz machen in ihre Paarungsbewegung dann kommt hier der wenn wir jetzt hier schauen jetzt machen wir einen freilaufenden Vollmond und schauen was passiert denn dann eigentlich braucht man denn eigentlich immer Licht damit die wieder nach vorne gehen ich hatte jetzt erklärt okay eigentlich macht es das Vollmond Licht damit sie die Periodenlänge verkürzen und dann sieht man naja es gibt hier einige Würm Individuen die können das auch ohne das Licht die haben offensichtlich auch ihren inneren Kalender genutzt um sich nach vorne wieder zurück zu stellen und das in lustiger weise bei den Würmern ist das unterschiedlich je nach Geschlecht die Damen die wollen nur auf das Licht hören aber die Herren im Falle von unseren Würmern die kriegen hier sozusagen hormonelle Schwankungen und die gehen dann nach früher an den Tag auch ohne dass sie das Licht sehen Wir haben hier beispielsweise auch eine Unterschiedlichkeit in der Art und Weise wie die beiden Geschlechter bei unseren Würmern auf den Kalender und auf das Mundlicht reagieren Warum das so ist verstehen wir beispielsweise bisher noch überhaupt nicht und es ist eine Frage was wir dann weiter untersuchen können und wo wir denken dass letzten Endes um das zu klären und auch weiter zu fragen was können wir noch weiter verstehen an den Mundrhythmen und ihrer Bedeutung für das Leben letzten Endes wir brauchen die molekularen Mechanismen um dann zu schauen was können wir sagen über die evolutionäre potenzielle Konservierung oder aber auch nicht vielen Dank fürs Zuhören ich